hallo und herzlich willkommen in diesem video quasi der zweite teil zur installation von unseren arbeitsmitteln für diesen kurs jetzt geht es nämlich darum wie wir das ganze beispielhaft auf ubuntu installieren können bzw auf anderen linux system es gibt ja viele linux distribution die den linux kernel einsetzen und dann entsprechend auch viele distributoren die das auf unterschiedliche art und weise bereitstellen ein bekannter distributor ist canonical mit seinem betriebssystem ubuntu deswegen jetzt an diesem beispiel gezeigt weil es eben auch debian ist und debian auch eine sehr sehr hohe verbreitung genießt aber auch natürlich wäre jetzt zum beispiel art schlindungs nutzt da gibt es auch eigene repositories die dann die entsprechenden pakete bereitstellen hier jetzt nun mal gezeigt beispielhaft für ubuntu was es mit den paketen auf sich hat und welche besonderheiten es da gibt starten wir erst mal mit python selber viele die ubuntu kennen oder beziehungsweise linux systeme kennen wissen dass man die software da nicht direkt von der seite runter lädt und dann installiert sondern dass sie meist in ja in repositories quasi in so einer art app store verfügbar ist für das system und um das herauszufinden gibt es zwei möglichkeiten bei den meisten systemen also bei den neueren zum beispiel ubuntu system ist es so dass es da richtig app store artige programme gibt den ubuntu software store zum beispiel wo man dann mit wenigen klicks software installieren kann das gucken wir gleich noch mal an weil das auch mit snap eine ganz interessante sache ist alternativ natürlich das und unter ubuntu 18 04 kommt man da rein indem man hier unten unten links auf anwendung anzeigen klickt dann runterscroll bis das terminal kommt und das dann aufruft alternativ natürlich steuerung alt und t als tastenkombination nur wenn man einem terminal ist dann ist es normalerweise so dass man ja python über das python-kommando aufruft das ist jetzt quasi eine frische ubuntu 18 04 installation gibt man das ein kommt hier einen hinweis command python not found but can be installed with sudo apt install python 3 sudo apt install python oder sudo apt install python minimal nun was hat es damit auf sich das ist wie ich schon im vorherigen oder im video zu windows erklärt habe die besonderheit der beiden versionsstränge und jeder distributor entscheidet sich welcher der haupt versionsstrang ist und während zum beispiel arch linux schon python 3 als hauptstrang anerkennt ist es teils bei debian oder ubuntu noch so dass python 2 das normale python ist und wer python 3 nutzen will ruft es eben über das kommando python 3 auf das wird sich aber in wenigen jahren ändern wenn dann quasi die python 2 version ja veraltet sind nicht mehr unterstützt werden dann muss zwangsläufig auf python 3 umgestellt werden dann heißt das heißt die pakete würden dann auch wieder python heißen jetzt aber momentan noch python 3 und hier sehen wir natürlich auch schon das kommando um das ganze dann zu installieren eigentlich relativ einfach es geht natürlich davon aus dass wir administrationsrechte auf diesem rechten haben also sudo rechte wer das nicht hat sollte sich oder wer nicht sudo hat sollte sich in den in das root konto jetzt schalten quasi mit substitute user und minus könnte man sich in den root nutzer schalten wer jetzt normal mit ubuntu arbeitet ganz einfach sudo damit man quasi das nun eingegebene kommando mit root rechten ausführt dann apt install und jetzt in diesem beispiel python 3 so dann gibt man das passwort ein dass man für diesen nutzer normalerweise hat zur anmeldung und jetzt sollten wir natürlich sofort sehen python 3 ist schon die neueste version und das schreibt natürlich das programm hier unten auch das habe ich nur nicht erwähnt you also have python 3 installed you can run python 3 instead nun das ist quasi die erklärung dahinter was ich gerade schon gesagt habe hier können wir das kommando leer machen wenn wir jetzt python 3 eingeben dann haben wir jetzt das ergebnis wir haben auch version 365 wie schon gerade bei windows gezeigt und können jetzt hier auch mit der interaktiven shell mit diesem interaktiven modus jetzt schon arbeiten das heißt das funktioniert und auch den verlassen wir über exit das ist das ist